Ah, endlich mal abschalten. Das habe ich mir doch auch verdient, oder? Moment. Hallo Regie? Ach so, ich soll den Zuschauern zeigen, welche 17 Einstellungen und Funktionen sie auf ihren iOS 17 iPhones abschalten sollen. Aha, weil die entweder zu viele sensible Daten an Apple oder andere Konzerne weitergeben, weil sie unnötig viel Strom verbrauchen oder weil sie einfach zu viel Speicherplatz wegnehmen. Hm, verstehe. Ach, das ist auch der Grund, weswegen du hier bist? Na dann legen wir direkt los. Namedrop ist eine neue Funktion in iOS 17, mit der man Kontaktdaten und Medien zwischen zwei iPhones austauschen kann, indem man diese aneinander hält. Und wie könnte es anders sein? Schon gibt es die ersten Berichte über Personen, die auf diese Weise unfreiwillig ihre Kontaktdaten in einem überfüllten Zug weitergegeben haben sollen, oder über Prominente, deren Telefonnummer auf diese Weise an die Öffentlichkeit gelangt ist. Ob das alles tatsächlich passiert ist? Keine Ahnung. Aber es ist trotzdem gut zu wissen, wo du die Namedrop-Funktion wieder ausschalten kannst, wenn du auf Nummer sicher gehen willst. Dazu gehst du in den Einstellungen auf Allgemein und hier auf Airdrop. Unten siehst du den Schieberegler Geräte aneinander halten. Schalte ihn aus und du wirst nie wieder deine Telefonnummer mit Fremden austauschen, ohne es zu merken. Eine weitere sicherheitsrelevante Einstellung. Wenn du deinen Entsperrcode im iPhone änderst, lässt sich ein iPhone nur noch drei Tage lang auch mit deinem alten Code entsperren. Nun ändern die meisten von uns diesen Code eher nicht so oft und wenn, dann meistens aus gutem Grund. Zum Beispiel, weil jemand den alten Code ausspioniert hat. Dann ist es aber eher ein Sicherheitsrisiko, dass jemand mit dem alten Code auf dein iPhone zugreifen kann. Um das zu verhindern, gehst du auf ID und Code und tippst auf vorherigen Code jetzt löschen. Mach das aber nur, wenn du dir den neuen Code wirklich gut gemerkt hast. Eine weitere neue Funktion von iOS 17 ist Standby. In diesem Modus zeigt dir dein iPhone während des Aufladens nützliche Informationen wie die Uhrzeit, deine nächsten Termine oder einfach Fotos aus deiner Mediathek. Es zeigt dir doch noch mehr an, nämlich Mitteilungen. Zum Beispiel über Nachrichten, die du in WhatsApp oder iMessage erhältst. Und das ist vielleicht nicht immer ratsam. Vor allem dann nicht, wenn du dein iPhone bei der Arbeit in einem Großraumbüro lädst, wo jeder, der vorbeikommt, dein Bildschirm sieht. Erspar dir das unangenehme Gespräch mit deinem Vorgesetzten und deaktiviere die Mitteilungen in Standby. Dazu gehst du in den Einstellungen zu Standby und schaltest dort den Regler für Mitteilungen einblenden einfach auf Aus. Du möchtest gerne alle Tipps aus diesem Video jederzeit in deinem Tempo nachvollziehen können, damit du das meiste aus deinem iPhone herausholst? Dann habe ich ein neues Angebot für dich. Sichere dir das digitale Lernpaket auf meiner Steady-Seite und du kannst dir alle begleitenden PDFs zu meinen iPhone- und iPad-Videos herunterladen. Also, klick auf den Link oben oder scanne den QR-Code und mach dich selbst zum iPhone-Profi. Das iPhone kennt zwei Wege, um bei Anrufen und Mitteilungen auf sich aufmerksam zu machen. Entweder akustisch oder über die Vibrationsfunktion, das sogenannte haptische Feedback. Beides gleichzeitig brauchen Normalhörende aber in der Regel nicht, zumal das haptische Feedback vergleichsweise viel Strom verbraucht. Stelle daher genau ein, wann diese Funktion überhaupt aktiv ist. Das machst du in den Einstellungen unter Töne und Haptik und hier im Punkt Haptik unter Klingelton und Hinweise. Tippe darauf und stelle ein, wann du eine haptische Rückmeldung bekommen möchtest. Ich habe mein iPhone oft lautlos geschaltet. Damit ich keinen Anruf verpasse, wähle ich hier im Stummmodus wiedergeben. Falls du kein Fan von haptischem Feedback bist, kannst du hier aber auch nie spielen wählen und deinen Akku damit noch mehr schonen. Wir bleiben beim Thema Haptik. Neben dem Feedback für Klingeltöne und Hinweise gibt es auch Haptikeinstellungen für die Bedienung eines iPhones. Diese findest du im Abschnitt Systemtöne und Haptik. Das Geräusch beim Sperren des iPhones, brauchst du das wirklich? Du kannst es hier unter Ton beim Sperren ausschalten. Der Regler Systemhaptik aktiviert die Rückmeldung, wenn du, wie wir jetzt gerade, in den Systemeinstellungen Änderungen vornimmst. Ich lasse die Systemhaptik an, weil ich dann sofort merke, ob mein Befehl angekommen ist. Wenn du das aber nicht benötigst, schalte es ebenfalls aus. Und schließlich das Tastaturfeedback. Wenn du in den Einstellungen auf Tastaturfeedback gehst und der obere Regler hier ist aktiviert, dann habe ich nur eine Bitte. Schalte ihn aus. Wie oft saßen schon Leute mit mir in der Bahn und hatten ihr Handy so eingestellt, dass alle anderen Mitreisenden jeden Tastenanschlag mitbekamen. Wenn du ein Feedback für deine Tastatur brauchst, wähle hier Haptik. Das bekommt nicht einmal dein direkter Sitznachbar mit. Thank you for traveling, bis Deutsche Bahn und weiter geht's. Du nutzt die Shareplay-Funktion oder teilst dein iPhone-Bildschirm gelegentlich in Videokonferenzen, dann solltest du folgende Einstellungen unbedingt deaktivieren. Gehe in den Einstellungen zu Mitteilungen und dort zu Bildschirmfreigabe. Wenn dieser Schieberegler aktiviert ist, sehen alle Teilnehmer, mit denen du deinen Bildschirm teilst, die Mitteilungen aus Chats und Co. auf deinem iPhone. Also eventuell auch Nachrichten, die nicht wirklich für die Öffentlichkeit gedacht waren. Nach der Installation von iOS 17 hat sich diese Einstellung bei mir von selbst wieder eingeschaltet. Also auch wenn du den Schieberegler schon einmal ausgeschaltet hattest, überprüfe unbedingt noch einmal, ob das immer noch der Fall ist. Was du eben kurz in der Bildschirmübertragung gesehen hast, war übrigens mein Newsletter, in dem ich jede Woche ein Thema aus dem Digitalbereich vorstelle, das mir besonders aufgefallen ist. Dazu gibt es Blicke hinter die Kulissen meines Kanals und mit der Anmeldung erhältst du sofort Zugriff auf ein Bonus-Video zum Thema iPhone-Screenshots sowie ein Mini-Tutorial für den YouTube-Player. Melde dich kostenlos hier oben an, den Link findest du aber auch in all meinen Videobeschreibungen. Wir sehen uns hoffentlich in deinem Posteingang wieder. Abschalten solltest du auch die alten Klingeltöne auf deinem iPhone. Denn nach 10 Jahren hat Apple erstmals wieder ein komplettes Set an neuen Klingeltönen bereitgestellt, 24 um genau zu sein. Und neue Nachrichtentöne gibt es obendrein. Um sie zu ändern, musst du aber selbst aktiv werden. Gehe zu Töne und Haptik und dann auf Klingelton bzw. Nachrichtenton. Hast du zwei Rufnummern, wähle zunächst für welche Nummer dein neue Klingelton gelten soll und suche dir dann deinen Lieblingston aus der Liste aus. Am besten gefallen mir Aufbruch, Eilmeldung und Radial. Aber Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Apple möchte möglichst viel über die Nutzung seiner Geräte und Apps wissen. Unter Datenschutz und Sicherheit und Analyse und Verbesserungen findet sich inzwischen ein wahres Sammelsurium an Analysedaten, die mit dem Unternehmen geteilt werden können. Vom Händewaschen verbessern bis zum Rollstuhlmodus verbessern. Jede dieser Analysen lässt dein iPhone im Hintergrund arbeiten und regelmäßig Daten nach Hause ins Silicon Valley funken. Wenn du das nicht möchtest, schaltest du am besten alle Regler aus. Aber Stopp! Eine Ausnahme gibt es hierbei, falls du den tatsächlichen Zustand deines Akkus ermitteln möchtest. Wie du das am einfachsten machst, erfährst du in diesem Video. Alle, die einen unlimitierten mobilen Datentarif haben, können den folgenden Tipp überspringen. Alle anderen, die wie ich wunderbar mit zum Beispiel einem 15 GB Tarif für knapp 8 Euro auskommen und nicht unbedingt 55 Euro für echtes unbegrenztes Datenvolumen hinblättern möchten, sollten die folgende Funktion ausschalten. Gehe in Mobilfunk, scrolle hier ganz weit nach unten und stelle sicher, dass WLAN-Unterstützung, iCloud Drive und iCloud Backup ausgeschaltet sind. Sonst werden unbemerkt deine mobilen Daten genutzt, während du einen Anruf über die WLAN-Verbindung machst, beziehungsweise Sicherungen und Dateiübertragungen über die Mobilfunkverbindung abgewickelt, wenn kein WLAN zur Verfügung steht. Gerade letzteres kann dein Tarif schneller an seine Grenzen bringen, als dir lieb ist. Verhindere das, indem du alle drei Optionen ausschaltest. Bist du auch so ein Podcast-Fan wie ich? Dann solltest du mit den richtigen Einstellungen dafür sorgen, dass Podcasts nicht zu viel Speicherplatz auf deinem Gerät belegen. Denn auch wenn das nur Audiodateien sind, bei zahlreichen mehrstündigen Podcast-Episoden kommt auch hier einiges an Daten zusammen. Um deinen iPhone-Speicher zu entlasten, gehe in den Einstellungen zu Podcasts und hier zum Bereich Downloads. Hier schaltest du den Regler beim sichern Laden auf Aus und gespielte Downloads entfernen auf An. Der erste Regler sorgt dafür, dass nicht jede Folge, für die du mal ein Lesezeichen setzen wolltest, automatisch auch heruntergeladen wird. Und der zweite Regler löscht Podcast-Folgen ca. 24 Stunden nach dem Abspielen aus deinem Gerät. Unter Automatisch laden legst du fest, wie viele Folgen der von dir abonnierten Podcasts automatisch auf dein Gerät geladen werden sollen. Am sparsamsten fährst du natürlich mit aus. Da ich die Podcasts, die ich abonniert habe, aber auch regelmäßig höre, lasse ich mir immer die neueste Folge pro Sendung herunterladen. Nach dem Abhören wird sie ja ohnehin automatisch gelöscht. Hand aufs Herz, wie oft nutzt du noch Siri? Viele hatten gehofft, dass Apple die KI-Dame mit iOS-Sitzern so richtig aufmöbeln würde, um wenigstens ein bisschen mit Chat-GPT und Co. mithalten zu können. Naja, vielleicht nächstes Jahr. In der Zwischenzeit kannst du als gelegentlicher Siri-Nutzer wenigstens deinen Akku schonen. In den Bedienungshilfen unter Siri kannst du einstellen, dass dein iPhone nicht ständig darauf wartet, dass du Siri aktivierst, auch wenn das Gerät mit dem Display nach unten liegt oder verdeckt ist. Ja, und wenn du Siri gar nicht mehr nutzt, dann kannst du sie natürlich auch ganz ausschalten. Dazu gehst du zwei Schritte zurück und dann auf Siri und Suchen, deaktivierst die ersten beiden Schieberegler, bestätigst noch einmal, dass sich eure Wege trennen und Auf Wiedersehen! Du hast Siri zumindest vorübergehend in den Ruhestand verabschiedet. Die Apple Karten-App bietet nun endlich auch Offline-Karten. Damit macht dir eine instabile Internetverbindung auf Reisen weniger Sorgen und du schonst den Datentarif. Öffne die Karten-App und tippe auf dein Profilbild. Tippe dann auf Offline-Karten und wähle den Kartenbereich aus, den du herunterladen möchtest. Das Herunterladen der Karten nur mit einer WLAN-Verbindung ist bei kleinem Datenkontingent sehr zu empfehlen. Mit automatischen Updates bleibt deine heruntergeladene Karte immer auf dem neuesten Stand und Speicher optimieren solltest du aktivieren, damit nicht zu viele ungenutzte Karten deinen Gerätespeicher blockieren. Um ganz sicher zu gehen, dass dein iPhone deine Karte nicht doch frisch aus dem Internet lädt, aktivierst du am besten den letzten Punkt, nur Offline-Karten verwenden. Apple hat dem Werbetracking den Kampf angesagt und für iOS 17 eine weitere neue Anti-Tracking-Funktion eingeführt. Bevor wir uns diese anschauen, zunächst die wichtigste bisherige Einstellung in diesem Bereich, für den Fall, dass du sie noch nicht kennst. Um übergreifendes App-Tracking zu verhindern, gehst du auf Datenschutz und Sicherheit und hier auf Tracking. Mit dem ersten Schieberegler verbietest du Apps von Drittanbietern, deine Aktivitäten in anderen Apps und auf Webseiten zu verfolgen, sodass die Anbieter nur noch sehen, was du in ihrer App machst. Wenn du in der Vergangenheit anderen Apps diese Form des Trackings gestattet hattest, wird dir dieser Dialog angezeigt und du kannst deine Zustimmung wieder rufen. Wir gehen von hier zu den Ortungsdiensten. Diese Funktion ist oft nützlich, vor allem bei Karten-Apps. Das heißt jedoch nicht, dass Apps zu jeder Zeit deinen Standort kennen müssen. Gehe deshalb die Liste durch und achte darauf, dass in der rechten Spalte maximal beim Verwenden steht und niemals immer. Viele Apps benötigen deinen Standort sogar überhaupt nicht, um ihren Zweck trotzdem zu erfüllen. Unter dem Punkt Systemdienste verbergen sich noch drei Regler, die man getrost ausschalten kann, nämlich die Produktverbesserung. Ich habe sie für diese Bildschirmaufnahme mal kurz wieder angeschaltet und siehe da, sie wurden sofort aktiv, um meinen Standort zu übermitteln. Erkennbar an den violetten Pfeilen. Nach Hause telefonieren? Bei ET gerne, aber hier muss es nicht unbedingt sein. Kommen wir nun zu der vorhin angekündigten neuen Anti-Tracking-Funktion im Safari-Browser. Sie betrifft unter anderem die Tracking-Parameter, die Werbetreibende an das Ende einer Webadresse, auch URL genannt, anhängen. Manche dieser URL-Trackings weisen jedem Besucher eine eigene Identifikationsnummer zu und ermöglichen damit die Erstellung von Nutzerprofilen und die Messung des Nutzungsverhaltens auf individueller Basis. Durch den Transport des Trackings in der URL konnten Tracking-Blocker von Browsern hier oft umgangen werden. Bis jetzt. Denn Safari bietet nun die Möglichkeit, diese Parameter automatisch so umzuschreiben, dass die Adressen zwar weiterhin funktionieren und auch Messungen auf Kampagnen-Ebene möglich sind, aber eben nicht mehr individuell. Apple nennt diese Funktion etwas umständlich erweiterter Tracking- und Identifizierungsschutz und standardmäßig ist er nur für private Browsersitzungen aktiv. Wenn du individuelles URL-Tracking für alle Sitzungen unterbinden möchtest, dann geh in die Einstellungen von Safari, dort ganz unten auf Erweitert und hier unter Datenschutz in das entsprechende Menü. Wähle hier beim Surfen immer und Safari erledigt den Rest. Alle Besitzer eines iPhone 14 Pro oder eines der iPhone 15 Modelle können bei ihren Fotos in Zukunft richtig viel Speicherplatz einsparen. Gehe dazu in den Einstellungen zu Kamera und hier auf Formate. Falls noch nicht geschehen, aktiviere den Regler für ProRAW und Auflösungssteuerung. Solltest du hier noch nie etwas geändert haben, dann sollte ProRAW Max ausgewählt sein. Im Beschreibungstext unten siehst du, wie groß die Dateien werden, die du mit diesem Standard aufnimmst, nämlich etwa 75 MB. Der neue HEEF Max Standard ganz oben hingegen komprimiert die Fotos der 48 Megapixel Kamera direkt und generiert Dateien von nur etwa 5 MB Größe. Du sparst also gegenüber ProRAW richtig viel Speicher damit. Allerdings sind es eben komprimierte Bilddaten. Das heißt, falls du deine Fotos ordentlich nachbearbeiten willst, brauchst du weiterhin ProRAW. Für alle anderen ist HEEF Max die wahrscheinlich bessere Wahl. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht so sehr zum Abschalten motiviert, dass du gleich YouTube ausschaltest. Denn auf meinem Kanal gibt es noch viele weitere Tipps für dein iPhone zu entdecken. Mach am besten gleich mit diesem Video hier weiter.